Bei Google Mail eine Abwesenheitsnotiz schicken. Mein Name ist Birmi Lehner. Ich bin hier bei Google Mail, hier beim Posteingang. Ich könnte eine Mail schreiben, aber das solle automatisch passieren, wenn mir jemand eine Mail schreibt, geht automatisch eine Antwort-Mail zurück mit der Information, ich sei gerade in den Ferien. Wie geht das? Ich gehe hier rechts zum Zahnrad, hier zu Einstellungen, scrolle weit nach unten, genau, hier Abwesenheitsnotiz, ist im Moment deaktiviert, ich aktiviere diese hier und sage, ja, die beginnt am 22. Oktober und der letzte Tag ist dann, dann funktioniert das nämlich automatisch. Es könnte ja sein, dass ich das nachher vergesse auszuschalten. Also bis am 29. Ferienabwesenheit. Und hier kann ich noch eine Nachricht hinterlassen. Gerne melde ich mich bei Ihnen wieder und so weiter. Die Leute erhalten dann diese Antwort und hier, Achtung, sehr wichtig, ich würde das hier noch wählen, denn wenn ich eine Spam-Mail erhalte und dem Spammer eine Antwort schreibe, dann weiss der Spammer ja, dass es mich gibt und dann erhalte ich definitiv immer Spams. Also klicke ich hier rein, so erhalten nur meine Freunde, nur all jene Leute, die in meinen Kontakten stehen, eine Antwort-Mail, dass ich im Moment gerade in den Ferien bin. Änderungen speichern und das funktioniert. Das war's.